Galileo-Reporterin Dana geht wieder zur Schule. Doch diese Schule hier sieht nicht nur von außen ein bisschen anders aus, als gewohnt. Man spürt einfach, dass es so gemütlich ist. Hier verlernt man so ein bisschen das Lernen. Was ist dran an den Klischees über die Waldorfschulen? Das ganze Namen tanzen und das ganze ihr macht Eurythmie und das ist doch eine Schule für Vollpfosten und Baumschule und was weiß ich, alles schon gehört. Was lernen Waldorfschüler wirklich? Ich bin mega neidisch, dass die Mädels das einmal in der Woche machen dürfen. Weltfremdes Schulmodell oder gute Alternative? Wir klären das. Bei Deconstructed Waldorfschule. Ich war auf einem ganz normalen Gymnasium und ich fand Schule immer richtig cool. Ich kenne also das staatliche Schulsystem, jetzt bin ich gespannt, was mich hier heute erwartet. Freie Waldorfschule klingt vielleicht erstmal ein bisschen entspannter, aber was machen die wirklich anders? Sind die Schüler glücklicher oder schlauer? Aber ich guck mir das heute mal ganz genau an. Und zwar in der Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg. Und eins fällt Dana auf den ersten Blick auf. Die Architekten haben hier einiges anders gemacht. Schau mal, hier geht's runter. Hier geht's wieder hoch. Also so mit Symmetrie und rechten Winkeln haben sie es hier nicht, aber das ist wohl auch Absicht. Ja, das soll angeblich beleben und für eine gute Lernatmosphäre sorgen. Und diese besondere Lernatmosphäre interessiert Dana als erstes. Sie schaut bei einer vierten Klasse vorbei. Die ersten beiden Stunden Mathe. Aber gerechnet wird erstmal noch nicht. Der Sonnenliebeslicht, es hellet mir den Tag, dass ich kann arbeitsam und lernbegehrig sein. Gemeinsam von dir stammt Licht und Kraft. Zu dir strömt lieb und dank. Und einen guten Morgen, liebe vierte Klasse. Guten Morgen, liebe Frau Oehler. Jetzt rechnen die Füße und die Hände. Beginnen mit links. Rhythmus ist laut Waldorf-Konzept eine Grundkraft des Lernens und passt deswegen auch zu einem Fach wie Mathematik. Und was steckt noch dahinter? Wir glauben, dass innere Beweglichkeit und Geschicklichkeit sich dann auch im Kognitiven widerspiegelt und zu einer angewandten Beweglichkeit und Geschicklichkeit führt. Außerdem ist es ein schönes gemeinschaftliches Erleben am Morgen. Wir kommen an als Gruppe. Alle kommen irgendwo her und wir finden uns zusammen und beginnen gemeinsam den Tag und stimmen uns ein. Der Vater, Vater der. Dana fragt bei Schülerin Elli nach, was sie davon hält. Ich habe jetzt gerade zum allerersten Mal dieses Morgenritual gemacht oder auch das mit dem Stampfen und dem Klatschen. Gefällt dir das? Also ich finde es gut, dass wir erst mal dann uns richtig wach machen können und dann erst mal etwas mit Musik zu tun haben. So, jetzt machen wir Mathe. Und dass man dann erst mal aufwachen kann. Es geht in die Welt der Zahlen. Erst jetzt sollen die Kinder bereit sein für die Kopfarbeit. Heute Bruchrechnen. Leistungsdruck gibt es keinen. Alle kommen weiter. Es gibt keine Noten und kein Sitzenbleiben. Die Kinder sollen ohne Lernstress lernen. Ein Modell aus Deutschland, das sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. In 70 Ländern gibt es über 1000 Waldorfschulen, 253 davon in Deutschland. Über 90.000 Kinder gehen auf die Waldorfschule. Umsonst ist das nicht. Eltern müssen im Durchschnitt 200 Euro pro Monat zahlen. Gestaffelt nach Gehalt. Das meiste Geld kommt vom Staat, der bis zu 80 Prozent der Schulkosten übernimmt. Ein wichtiges Waldorf-Prinzip? Die Klassenlehrerin wird diese Schüler bis zur achten Klasse unterrichten. Also keine Trennung nach der Grundschule. In diesen acht Schuljahren unterrichtet Frau Oehler alle Hauptfächer. Staatliche Lehrpläne muss sie nicht erfüllen. Die Waldorfschulen haben eigene. Aber wie kann man so viel unterschiedliches Wissen parat haben? Im stillen Kämmerlein fleißig vorbereiten. Und immer wieder die Kinder vor mein inneres Auge holen. Und mir vorzustellen, was braucht es? Wie muss ich das herunterbrechen und vermitteln, damit die Kinder Schritt für Schritt folgen können? Und Dana? Also zwei Stunden Matheunterricht habe ich aus meiner Schulzeit ein bisschen anders in Erinnerung. Wir haben jetzt heute hier geklatscht, wir haben Flöte gespielt, wir haben gebastelt, ein bisschen Bruchrechnung gemacht. Also alles Mögliche. Das ist natürlich abwechslungsreich. Aber es kann auch ein bisschen viel sein vielleicht. Aber wie beurteilen externe Fachleute den Unterricht? In München trifft Dana eine Expertin, die das Schulmodell untersucht hat. Silva Liebenwein. Das Problem? Waldorfschulen machen bei Leistungsstudien wie PISA nicht mit. Man weiß also nicht genau, wie viel Wissen dort vermittelt wird. Den Stoff so zu vermitteln, dass er alle Sinne bei den Kindern anspricht und sie auch emotional anspricht, das ist das Ziel. Und eben deswegen wird eher so dieser Gedanke, dass man Lehrinhalte durchpeitscht, abgelehnt in der Waldorfschule. Ihre Studie ergab, Waldorfkinder sind dafür glücklicher. Sie haben deutlich mehr Lernfreude als die Normalos auf der Regelschule. Die Hälfte der WaldorfschülerInnen finden den Unterricht interessant und spannend. Auf den Staatsschulen kann das nur ein knappes Viertel vom Unterricht sagen. Wie spannend der Unterricht ist, will Dana in dieser 10. Klasse herauskriegen, die gerade Chemie hat. Ich hatte in Chemie die einzige 6 meiner ganzen Schullaufbahn. Also das ist gerade ein bisschen schwierig für mich. Und es kommt noch dicker für Dana. Chemie gibt's hier jeden Tag, 2 Stunden lang. Und das 4 Wochen am Stück. Man lernt in sogenannten Epochen. Eine Art Blockunterricht. Die Idee, mehr Zeit für ein Fach ohne ständige Unterbrechungen. So die Theorie. Und die Praxis? Also ich hab ein bisschen Probleme damit, weil jetzt haben wir ja 4 Wochen Chemie gehabt. Und dann haben wir erst im nächsten Jahr wieder Chemie. Und wann das ist, das weiß man nicht. Und dann kann es halt sein, dass man das schnell irgendwie wieder vergisst oder verlernt. Also wir haben früher, also jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatten wir 8 Jahre eine Lehrerin. Und das war aber halt was anderes. Weil wenn wir dann nicht mit der Lehrerin zurechtkamen, dann war das nicht so cool. Aber jetzt inzwischen haben wir ja in jeder Epoche einen anderen Lehrer. Und das ist in Ordnung. Dana trifft die Ex-Walldorf-Schülerin Sophia Meiners. Die 22-Jährige hat Waldorf vom Kindergarten bis zum Abitur erlebt. Wie hat dir denn der Epochenunterricht gefallen? Das war für mich schon ein Problem, dass ich dann mal ein Viertel bis ein halbes Jahr keine Mathematik hatte oder keine Physik. Weil ich komplett dann alles gelöscht hatte, was wir in der Epoche vorher gemacht haben. Und dann musst du es dir komplett neu erkämpfen. Was helfen könnte, sind Bücher. Aber Dana fällt auf, dass es die gar nicht gibt. Es liegen nur Hefte auf den Tischen. Und so ein richtiges Mathebuch habt ihr also nicht? Nee, ein richtiges. So ein dickes. Nee. Waldorf-Schüler brauchen keine Lehrbücher. Sie schreiben sie selbst. Hintergedanke? Was man selbst erarbeitet, bleibt besser hängen. Die Kinder generieren und erschaffen ihr ganz eigenes Lernmaterial. Wir setzen auf die Gestaltungskräfte und auch auf die Eigenwirksamkeit der Kinder und leiten und begleiten sie bei der Gestaltung ihrer eigenen Hefte und Materialien. Wer sich das alles ausgedacht hat? Dieser Mann im Rahmen. Und das kam so. Vor über 100 Jahren plant der Zigarettenfabrikant Emil Moldt eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter. Da die Fabrik Waldorf Astoria heißt, nennt er sie Waldorfschule. Das Erziehungskonzept dafür entwickelt Rudolf Steiner. Der Philosoph ist damals bekannt als Begründer der Anthroposophie. Übersetzt, die Weisheit vom Menschen. Das Ziel, die ganze Welt verstehen. Also auch die geistige und übersinnliche Welt. Für die Waldorfschule bedeutet das, die Seele des Kindes spielt eine genauso große Rolle wie das Lernen von faktischem Wissen. Weiter geht's mit Eurythmie. Ich hab auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Dana hat als Regelschülerin keine Ahnung von Eurythmie, darf aber mitmachen. Rudolf Steiner hat dieses besondere Fach entwickelt, das es nur an Waldorfschulen gibt. Eine Bewegungskunst, die laut Steiner die verborgenen Seelenkräfte zum Wirken bringen soll. Denn die schlummern in uns allen. Und wie ist es so, vom Gefühl her? Ich dachte, hier tanzt man seinen Namen. Aber es ist recht anspruchsvoll. Es ist auch ganz schön, ehrlich gesagt. Und jetzt zeigen wir zum Abschluss etwas aus der Laut-Eurythmie. Wer ist's, sagt an, der Größtes vollbringt. Das ist ein Fragezeichen und das geht in der Eurythmie so. Es gibt ein bestimmtes Alter, wo man das nicht so cool findet, in einem Kleid rumzurennen. Also das geht allen Waldorfschülern so, würde ich wirklich so runterbrechen. Aber rückblickend fand ich das immer ganz angenehm, so Pausen zu haben. Der sich selbst bezwingt. Ich glaube, dieser Grundgedanke hinter Eurythmie zum Beispiel wäre was, was man einfach ein bisschen modernisieren könnte und sollte. Die Ursprungsidee war ja, dass man dadurch, durch diese Körperbewegungen, einen Zugang zu höheren Welten findet. Das war ja Rudolf Steiners Gedanke. Ja. Dann, liebe Kinder, habt ihr jetzt eine schöne Pause verdient. Ich führe euch raus. Der Oskar ist der Erste, der Louis ist das Schlusslicht. Raus in die Pause. Auf dem Schuhgelände kann es aber auch ganz anders zur Sache gehen. Hier wird zwar nicht getanzt, aber diese achte Klasse macht etwas, das Dana aus ihrer Schulzeit nicht kennt. Ich bin mega neidisch, dass die Mädels das einmal in der Woche machen dürfen. Ich finde das total cool. Ich durfte früher, glaube ich, in der Grundschule mal ein halbes Jahr Werkunterricht machen. Das war's. Hier nicht. An Waldorf-Schulen sollen die Kinder mit Kopf, Herz und Hand lernen. Also nicht nur denken. Was mache ich denn, wenn ich zwei linke Hände habe und in diesen künstlerisch-kreativen Fächern überhaupt nicht zurechtkomme? Da ist die Waldorf-Pädagogik wie alle anderen reformpädagogischen Strömungen absolut der Ansicht, dass jedes Kind ein Künstler ist. Also ein für Kunst unbegabtes Kind gibt es nicht. Danas Probeunterricht geht jetzt draußen weiter. Sieht aus wie eine Gärtnerei, ist aber Schule. Unsere Reporterin ist mit einem Lehrer verabredet, der auch gärtnern kann. Gartenbau ist nämlich Pflichtfach an Waldorf-Schulen. Wofür wir das Fachgartenbau so wertvoll erachten, ist, dass die Schüler in der 6. und 7. Klasse einfach einen Bezug zur Natur finden und auch wirklich zur einzelnen Pflanze. Also die Schüler säen aus, die Schüler pikieren, die Schüler pflanzen und haben dann entsprechend auch draußen auf dem Beeten ihre Pflanze mit Schild, mit Namen versehen, um die sie sich dann auch weiter kümmern. Und was denkt die Ex-Schülerin über diese unüblichen Fächer? Sind die Fächer dann trotzdem wichtig, auch wenn sie fürs Abi am Ende gar nicht zählen? Wenn dein Ziel ist, dass du möglichst viel aus deiner Schulzeit mitnimmst und dass du dich möglichst breit bildest und möglichst viel erlebt hast, dann würde ich sagen, ist es definitiv wichtig. Weil ich Sachen weiß über handwerkliche Sachen, da können die Startschüler offengesagt einfach nicht mithalten. Ob mir das jetzt natürlich jetzt in meinem jetzigen Leben gerade was bringt, weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass ich die Bildung habe. Auf Wiedersehen, liebe Klasse 7b. Auf Wiedersehen, lieber Herr Wilpert. Gut, wir sehen uns wieder nächste Woche. Eigentlich ist es total cool, wenn man weiß, wie man sein eigenes Gemüse anbauen kann und wie vielleicht auch zu Hause die Zimmerpflanzen nicht eingehen. Also, cooles Fach. Es läuft hier vieles anders. Gartenbau als Pflichtfach, aber auch französisch ab der ersten Klasse. Die Kinder bleiben bis zur 12. Klasse zusammen, unabhängig vom Leistungsstand. Schüler werden also nicht aufgeteilt auf Gymnasium, Realschule oder Hauptschule. Sie bleiben zusammen, müssen aber auch zusammenbleiben. Leistungsstarke Schüler sind da oft unterfordert. Erst ab der Oberstufe geht es mit richtigen Noten los. Wie findest du das? Also, ich finde es eigentlich ganz gut, weil so 8. und 9. Klasse und alles davor hat man es nicht so richtig einschätzen können und so. Und ich finde, dadurch kriegt man halt gutes Feedback und das hilft mir, weil ich bin eigentlich ziemlich ehrgeizig und so. Und mir ist es eigentlich schon wichtig, weil ich meinen guten Abschluss haben will und Medizin studieren will. Deswegen ist es mir relativ wichtig und deswegen finde ich das auch gut so. Aber Waldorf-Noten sind staatlich nicht anerkannt. Die Schüler müssen sich am Ende doch von staatlichen Lehrern prüfen lassen und pauken vor der Prüfung denselben Stoff wie an Staatsschulen. Widerspricht ja eigentlich der ursprünglichen Idee. Aber... Für 87% der Eltern ist es wichtig, dass die Schule ein Zentralabitur anbietet. Erst soll es ohne Lernstress gehen, aber dann wollen alle das Abi. Schluss mit gemütlich, oder? In der 13. geht es wirklich nur noch ums Abitur. Also man hat auch nur noch die Abiturfächer, keine Extrafächer mehr. Ich kam damit ganz gut klar, weil ich generell jemand bin, der... Oder ich habe mir schon mein Leben lang, die ganze Schulzeit lang immer selber einen Druck gemacht. Ich kenne aber definitiv Freunde von mir, für die das schon heftig war und die da schon auch ein bisschen geguckt haben. Trotzdem, die Abi-Erfolgsquote ist hoch, im Vergleich sogar 30% höher als im Bundesdurchschnitt. Für das Zentral-Abi brauchen die Waldis allerdings auch viel mehr Nachhilfe als die Staatsschüler. Die größten Lücken haben sie in Mathe und in Fremdsprachen, obwohl sie sie früh lernen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, auf welche Schule du noch mal gehst, von Anfang bis Ende, wäre es eine Waldorfschule oder eine Regelschule? Es wäre definitiv eine Waldorfschule. Im Großen und Ganzen bin ich wahnsinnig gern Waldorfschülerin gewesen, weil man nimmt einfach mehr mit. Und das hat mir gefallen. Und das würde ich auch im Großen und Ganzen weiterempfehlen. Mehr Lernfreude, kein Sitzenbleiben, eine hohe Abi-Erfolgsquote sind die Stärken. Keine Mindeststandards im Unterricht und mehr Nachhilfebedarf die Schwächen. Was ist Danas Fazit? Also der Schulalltag ist hier auf jeden Fall total cool und aufregend. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat, ist ein Plan, eine Struktur. Ich würde gern mit Lehrbüchern arbeiten. Super, dass es diese Alternative gibt, aber man muss es auch wirklich wollen und sich drauf einlassen. Ich würde gern mit Lehrbüchern arbeiten.